Die Wiener Fotoschule ist auf der Ferienmesse wieder mit einem Stand vertreten. Es laufen Kurzpräsentationen, Workshops bis Sonntag und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Wir haben übrigens 15 Freikarten am Infopoint hinterlegt und sie sind dort einfach unter dem Kennwort Wiener Fotoschule abzuholen. Das Motto lautet First come first serve. Die Firma Stumpfl ist ein langjähriger Partner der Wiener Fotoschule. AV Stumpfl steht für hochwertige Projektion. Das ist einerseits die preisgekrönte Software Wings Platinum und andererseits Leinwände Projektoren für jeden Einsatzbereich. Ich stehe vor dem Stand des tunesischen Tourismusbüros. Das wird eine der Stationen beim Fotowalk morgen sein. Ihr könnt auch übers Internet noch anmelden. Der Fotowalk findet von 16 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Stand der Wiener Fotoschule im Reisekino. Ihr könnt hier live die 7D Mark II erleben. Die neue Spiegelreflexkamera von Canon. Die kann auch probiert werden. Wir haben einige Objektive mit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen zu uns zum Workshop kommt. Deine